Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Stage of Survivors. Viel Spaß! Moin Moin Leute, wie geht's? Und heute geht's weiter. Ich habe das Video zwar vorhin schon mal aufgenommen, aber ich bin da eingeschlafen und habe mir gedacht, ach komm, mache ich das nochmal von neu. Gut, ich werde heute probieren, die Dailies, nein die Dailies nicht. Ich mache heute nur, was mache ich nur? Wisst ihr, ich habe nur den hier, da war ich eingeschlafen, habe die vergessen. Ach je. Erstmal Leute produzieren hier. Zack. Verbessern. Zwölf Minuten, ok. Verbessern. 271. Ok. Eine Stunde dauert das. Bei dem. Verbessern. Halbe Stunde. Schön. Forschung. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal die Forschung auch am Laufen. Ich habe ich Play gedrückt. Hallo? Ja. Ah. Aua. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Einsammeln. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Einsammeln. Gut. Dann werde ich probieren, das hier alles fertig zu machen. Nicht Dailies, sondern dies hier. Pick up. Leute abholen. Oder retten. Da muss gekämpft werden. Da schicke ich schon mal weg hin, dass es weit weg ist. Dann schicke ich hier oben auch noch Leute hin. Okay. Und dann werde ich mir erstmal das Pick up vornehmen. Das retten. Und den werden wir machen. Kinder spielen. Das hören wir doch gerne. So. Einmal auf Automatik schalten. Die Geschwindigkeit bisschen erhöhen. Auf mal drei. Und schauen, was passiert. Aber jetzt ein Kinderspiel ist. Passiert da ja nicht viel. Die zweite Welle. Und jetzt die dritte Welle. Ah, da kommt wieder. Okay. Okay, okay. Dann können wir hier wieder ein Pickup machen und dann gehen wir gleich danach zum nächsten Kampf. Und dann gehen wir wieder an. Geh auf den... Oh, der ist schon angekommen. Nice. Nehmen wir den Pickup. Soll ich gleich mal mit anderen spielen, nicht mit den 3? Hm. Eine. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, die greifen den unter. Der ist auch schon da, schön. Sind die denn schon wieder zu Hause oder laufen die noch? Die laufen noch. Ja, noch eine Minute. Ups. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Aber wenn ich schon mal hier bin, in der Basis, ne? Ah, da war noch was. Egal. Einmal Pickup. Und einmal. Ich wollte hier jetzt mal andere nehmen. Da steht auch, ich kann einen besseren nehmen. Das wäre der hier. Aber ich nehme mal... Doch, ich nehme ihn. Ersetzen. Und hier nehmen wir mal... 20... Ihnen hier. Und hier nehmen wir... Das ist immer noch ein Kinderspiel, obwohl ich meine schwächsten Leute drin habe. Dann werden wir mal gucken, wie die das meistern werden. Oh, da kommt schon mal einer durchgekommen, ja? Was macht der Tiger rein den Winter nur hin und her? Die sind aus. Ja, das ist ja noch nichts. Ich nehme dich, wie sie sind. Du bist so." Ich mache dich, ich nehme dich. Du bist so, ich nehme dich. Du bist so, ich nehme dich. das Spiel oh er ist noch nicht auf Max Level der müsste ich noch aufleveln hmm hmm mal ausgleich dieses Kapitän dann schauen wir nochmal gut dann wieder ein Pickup da ist ein Pickup und hier rum die nächste Herausforderung das werde ich wieder andere nehmen wir müssen den und den wir laufen fangen wir mit den an den und den kennen wir jetzt nehmen wir den ja ersetzen Rusty hier haben wir die schon gesehen den haben wir gerade gesehen ich glaube die habe ich noch nicht gesehen kämpfen oder die ersetzen hier und die war vorhin drinnen gewesen dann war mal Mike hier 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 oh oh das ist cool Aber es kommen immer ein paar Leute, würde ich gerade sagen, ein paar Zombies durch. Alle Maximum. Ich habe leider kein Pickup mehr. Von denen kann ich immer nur zwei laufen lassen. Müssen wir mal gucken, was hier ist. Ah, geht nicht. Dann nehmen wir den da. Ich habe gar keine Energie mehr. Ups, ich habe hier auch volle Energie. Das ist alles Kinderspiel. Aber ich muss noch ein Foto andere nehmen. Ach Mensch. Okay. Dann werden wir jetzt hier hin laufen. Oh. Na gut. Yippee. Und jetzt. Und bald packt du German. Immer noch nicht da. Und jetzt. Ich habe nur noch diese Leute hier. Die vier. Das wäre der Boss. Den schaffe ich nicht. Oh. Gratis. Nehmen wir doch einmal. Freizeitpark. Ja. Wie lange noch? 10 Sekunden. Ich habe auch verbessern gedrückt. Ja. Oder? Ich muss das jetzt neu kriegen. Auch. Dr. Buh. Buh buh. Buh buh. Buh buh. Ups, ich habe einen Baum zerstört. Ups, und noch einen Baum. Bei Weihnachtsspawn, das ist noch Level 1, schauen wir mal kurz nach der Post, alles erhalten. Weg ist die Post. Gut. Gut, ich probiere den mal jetzt da oben, aber wenn da steht, keine Chance, dann werde ich den noch nicht angreifen. Keine Chance. Keine Chance. Ich glaube, hier ist immer der Stärkste drin. Ich gehe mal auf den, 290, ja, der Stärkste. Und hier haben wir 293, ist auch der Stärkste. Und hier 400, auf jeden Fall der Stärkste. Also, gegen den habe ich leider 0 Chancen. Dann werde ich den hier benutzen. Und so schaffe ich es nicht. Aber so, warte mal. Zwei Angriff? Nein. Acht? Nein. Nein. Okay. Trotzdem marschieren. Gut. Dann holen wir nochmal hier den guten Punkt ab. Da ist noch ein guter Punkt. Und hier. Oh, der neue Charakter, Arthur. Okay, der ist jetzt unterwegs. Mal gucken. Wenn ich jetzt hier 290. 281. Also die hier, die andere war ja 430, die andere ist schon viel stärker. Nein, das bringt nichts. Keine Chance. Jetzt muss ich nur noch warten, bis deine hier oben war. Radale wird 13, bin ich schon. Null Prozent. Noch nichts geschafft hier. Ich denke mal, wenn ich das geschafft habe, leuchtet es bestimmt rot. Die ich freigespielt habe, sind bunt, die nicht, sind noch grau. Aber den habe ich doch da oben. Nochmal. Den habe ich auch. Den, 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 den. Die habe ich alle. Die habe ich. Die habe ich. Die habe ich auch. Die habe ich auch. Die, die. Keine Ahnung. Die haben. Die. 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 Da furchtlich los. wer nehme ich denn geschmeidert so ist los klügendes licht Stimmt. Na gut, na gut, na gut. Die waren schon da, es ist rot, ähm, jetzt, ah, ok, in 26 Sekunden sind da, dann werde ich noch mal schauen, ob ich die ganzen Starken da hinschicken kann, aber ich denke, das wird nichts. Noch 8 Sekunden. 8 Sekunden, 3, 2, 1, go, 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 okay, Angriff. 15 415 schauen wir hier mal jetzt das ist die stärkste von dem ganzen 446 danach hier mal gucken 293 ist auch der stärkste 290 die beiden sind gleich stark ja also das sind schon die stärksten meine kampfkraft ist 415.000 und der gegner eine kampfkraft vorn 576.000 es fehlt nicht viel aber ich werde es leider nicht schaffen können ich muss noch ein angriff machen dann bin ich fertig mit dem kader let's go 3 minuten für 50 ok noch mal kurz in meiner basis nachschauen ein paar leute heilen noch mal hier ein geschenk abholen ich will noch ganz bisschen genau ich kann ja noch was brauche ich denn? nahrung holz stahl 4 millionen ich sag mal nahrung suche nahrung Gut, der ist jetzt ein bisschen länger weg. Habe ich denn auch hier was im Labor? Nichts. Kein Ranking, okay. Hier auch kein Ranking. Komplett aufgebaut, aber was macht man hier? Hm, keine Ahnung. Im Falltrick. Verbessern. Ah, okay. Ich glaube, das war vorhin auch. Dann habe ich hier auf trainieren gedrückt. Ich habe dann trainiert, anstatt zu verbessern. Na, kann ich die verbessern? Nein. Super. Super. Sind alle unterwegs. Dann mache ich das anders. Und zwar produziere ich da einfach neue. Wenn keiner zu Hause ist, das sich verbessern möchte, dann suche ich neue. Und? Das gibt es doch nicht. So, das war's dann für heute. Ja. Warte mal, die Siedlung. Jetzt kann ich doch... Ah, nee. Wollte gerade sagen, jetzt kann ich wieder recht verbessern, aber jetzt ist hier alles beschäftigt. Gut. Dann sage ich mal Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.